elektromobilitätsberater kd schmitz ruft dann bin ich natürlich auch da und heute hier bei der eierlegenden wollmichsau auflage nummer zwei dem kia e sol ja und jetzt zeige ich euch erst mal was über das auto was da alles drin steckt übrigens wir haben es hier mit der spirit variante zu tun mit dem 64 kilowattstunden akku und 150 kw im launch paket also dann seid gespannt was kommt wollen ja